Musik Hallo meine Lieben, ihr könnt schon sehen, ich bin mal wieder nicht zu Hause. Ich bin schon wieder unterwegs und ratet, wo ich bin. Ja, vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ich blende es mal kurz ein. Diese Frau hier neben mir dürfte euch bekannt sein. Und da drüben sitzen noch zwei Mädels. Ich filme euch mal rüber. Moment. Mädels, zeigt euch. Hi, einmal und zweimal. Und hier neben mir sitzt auch noch eine wunderschöne Frau. Und zwar dürfte euch die auch bekannt sein, meine liebe Gäste. Und ja, wir sitzen heute hier zusammen bei der lieben Steffi. Die hat uns nämlich eingeladen und ich nehme euch so ein bisschen mit. Ne Steffi? Ja. Wir hatten schon viel Spaß. Wir haben auch schon gegessen und ich habe vergessen die Kamera einzuschalten. Tut mir leid. Wie zu ihrer Art ist, ne? Aber vor lauter Quatschen kommt man manchmal auch nicht dazu. Ja. Aber man hat das schnell vergessen. Genau. Aber sie hat sie jetzt ganz gewissenhaft nachgeholt. Genau. Und wir haben schon ganz fleißig Geschenke verteilt. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch mit auf diese Reise. Viel Spaß beim Video. Schaut mal, weiter geht's mit Geschenke. Die liebe Gäste hat jetzt was für uns. Hier, diese schönen Blumen. Und, oh, es ist so schön. Wir sind voll in unserem Element hier. Stimmt, Steffi? Voll schön. Voll schön. Danke, Gäste. Danke, Gäste. Die Mayra hat uns gerade voll die schöne Kette geschenkt. Jetzt. Mega. Richtig schön. Ich zeig sie euch gleich. Tara, zeig sie mir auch mal. Voll schön. Schaut mal, wie schön die ist. Das ist für Gott voll hier. Total schön. Danke, Mayra. Schaut mal, so sieht die Kette jetzt an mir aus. Oh, ist die nicht schön. Ich muss mir die halt noch dann so... Ja, so. Wahnsinn. Ganz schön. Danke, Mayra. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mayra. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. du schenkst an. Oh, nein. Ihr spinnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie cool. Ihr kommt auf Ideen, ey. Oh, wie cool. Da wird sich aber sehr krass. Mayra hat jetzt gerade hier noch ihr Geburtstagsgeschenk ausgepackt. Schaut mal. Die Leute unbedingt haben. Was ist das noch mal für eine Größe? Zeig mal. Ihr spinnt, ne? Da hinten ist auch noch ein Geschenk, das zeige ich euch gleich und hier die Torte, die habe ich noch schnell für die Maira gebastelt, die zeige ich euch später nochmal besser. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Alles Gute, Gäste! Danke! Oh, ihr seid verrückt! Nein, Leute, seid ihr verwirrt? Gäste macht gerade ihr Geschenk auf, sie hatte nämlich auch Geburtstag! Oh Gott, Leute! Das ist doch die Dings! Nein! Ja, nach Valentinstag kannst du... Ey, du bist bescheuert! Und dann sagt die mir doch, im Angebot hol da Valentinstag, warte ab! Genau! Ein Objektiv! Gerne! Wir essen jetzt lecker, schaut mal, was hier alles ist! Boah, lecker! Ich freue mich, ich habe jetzt Hunger! Ich glaube, die Tara möchte uns jetzt auch noch was geben! Ich bin gespannt, was da drinnen ist! Da können wir immer unsere Videoideen aufschreiben! Alter, das habe ich mir! Und meinen liebsten Whipliner! Ich gebe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig! Oh, schön! Oh, wie süß! Hast du die Herzen da dran geklebt? Nee! Oh, wie süß! Das Problem ist, ich habe das Preisschild abgemacht und seitdem... Und hier sind noch mehr Herzen! Was ist denn da noch drinnen? Schaut mal, da sind noch mehr Herzen! Von NYX! Also nix! Nix! Ihr wisst bescheuert! Ich schaue mal! Cool! Danke, Tara! Danke! Voll schön! Danke dir! Hello, hello! Da bin ich nochmal! Es ist spät am Abend! Wir sind jetzt noch eine Runde auf dem Sofa! Die Tara schneidet noch ihr Video hier neben mir, die Arme! Es ist super spät! Die so fleißig! Und es ist so richtig cool, mal zuzuschauen, wie die Tara das macht! Richtig interessant! Also auf das Video könnt ihr euch schon mal freuen! Und ich verabschiede mich noch von euch! Ich weiß nämlich nicht, was ich morgen noch mitfilmen werde! Also vielleicht hänge ich noch was dran! Aber ich möchte es natürlich nicht verpassen, mich von euch zu verabschieden! Ich hoffe, dass euch mal ein kleiner Einblick gefallen hat! So als, ja, dass ich euch halt mitgenommen habe zur Steffi! Und ja! Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend! Einen schönen Tag! Je nachdem, wann ihr das Video schaut! Will die Tara noch was sagen? Gute Nacht! Gute Nacht! Sie ist fertig! Ja, sie ist fertig! Und ich schlafe hier schon fast an! Sie ist so ähnlich! Heidi ist die schönste! Ach Quatsch! Geh weg von mir! Also, macht's gut! Tschüss! Gute Nacht! Tschüss! Gute Nacht! Die Tara unterschreibt jetzt noch ganz schnell den Kalender. Und zwar habe ich den extra bestellt und mitgebracht, damit die Tara jetzt unterschreibt, weil mein Maximilian die Tara sehr gerne mag. Und ich den Maxi auch. Wie du willst, Schatz. Oh, ich bin aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja. Yeah. Aber der geht gar nicht. Schaut mal, wie schön die Tara ist. Wahnsinn. Mit persönlicher Widmung. Das ist voll schön. Danke, Tara. Ja, was soll ich da jetzt sagen? So, meine Lieben, ihr seht mich jetzt nochmal ganz, ganz voll. Und zwar wollte ich euch mein Outfit abfilmen. Das hatte ich nämlich auch an beim Essence Event. Und ganz viele von euch haben gefragt, ob ich das nicht mal näher zeigen könnte. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und die liebe Mayra steht hinter der Kamera. Die ist so lieb und filmt das für mich ab. Herzlichen Dank, liebe Mayra. Voll lieb von dir. Also wir fangen mal an. Ich habe Ohrringe von Bijou Brigitte. Total edel, wie ich finde. Und die Mädels, die fanden die auch irgendwie alle total reizend und haben mich darauf angesprochen. Deshalb zeige ich sie euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich meinen Schal von New Yorker. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem Haul. Mein neuer Pulli, den habe ich von Zara. Der ist total kuschelig. Und dann habe ich noch meinen Ring an von Pipa Engine. Den liebe ich ja überall. Den habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Mein Michael Kors Armband. Das habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Und dann noch ein Pipa Engine Armband. Und dann meine Lieblingsuhr. Die habe ich euch ja schon ganz oft eingeblendet. Ich habe auch noch einen ganz tollen Rabattcode für euch. Und zwar könnt ihr 15% sparen. Da schreibe ich euch alles nochmal in die Infobox. Den Rabattcode und so weiter. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, was habe ich denn noch an? Einen Rock, den ich super gerne trage. Und zwar habe ich den von Zara. Das ist so eine A-Linie. Ja, gefällt mir total gut. Eine blickdichte Strumpfhose. Und die Schuhe, die habe ich vom Sascha aus Frankfurt. Den Laden liebe ich ja total. Das war mein Outfit. Herzlichen Dank, liebe Mayra, fürs Absehen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Entschuldigung, wenn ich jetzt so schnell rede. Aber mir ist total kalt. Also, alles, alles Gute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.